Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Krypto Analysen. In der heutigen Folge schauen wir uns an, was Ethereum weltweit für eine Rolle spielen könnte. Wir schauen uns an, was genau in Südkorea zum Kryptowinter geführt hat und dann noch Bitcoin auf die 10.000, was waren die wirklichen Gründe dahinter. Springen wir gleich in diese erste News Story und zwar geht es um eine Präsentation von Vitalik Butteri am Ethereal Summit 2020. Der hat gestern stattgefunden, bei welchem Vitalik Butteri der Gründer von Ethereum auch eine Präsentation gegeben hat. Er sagt halt, dass Ethereum insofern in der Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen wird, vor allem auch auf politischer Ebene. Er behauptet, dass historisch gesehen Kryptowährungen eigentlich eher als Alternative zum Finanzsystem und Alternative zur täglichen Währung gehandelt wurden, aber sich das Sujet oder das Thema immer mehr eigentlich wandelt von Kryptowährungen Richtung, halt wie kann man politisch miteinander umgehen, was für Möglichkeiten, was für Tools, was für Werkzeuge haben wir, um den Austausch zwischen den Staaten zu fördern. Er sagt halt auch, dass rein theoretisch eine globale Einheit, das heisst, oder eine starke Wirtschaftsmacht, sei es die USA, sei es China, die die Wirtschaft so komplett kontrolliert, das eben nicht sein kann und deshalb positioniert er Ethereum entsprechend wichtig in dieser Diskussion und wie gesagt sagt hier, dass es jetzt im 2020 immer weniger um finanzielle Themen geht, sondern eben um Zensur, Privatsphäre und andere Themen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, dadurch, dass Ethereum halt eine Plattform ist, hat es eine sehr wichtige Rolle. Das heisst, Ethereum ist insofern ein Hybridmodell, bei welchem man auf dieser Plattform eine sehr stabile und gute Währung aufbauen kann oder Währungssysteme aufbauen kann, aber auf der anderen Seite auch grundsätzlich politische Systeme oder politische Themen mit Ethereum eigentlich hinbringen kann. Das heisst, das können Abstimmungen sein, das können Austauschmöglichkeiten, sei es Messaging-Plattformen etc. sein. Da, denke ich, könnte Ethereum wirklich eine wichtige Rolle spielen. Ich sage den Leuten immer, die mich fragen, ja, wie soll ich mein Portfolio gestalten, was soll ich einkaufen, soll ich nur Bitcoin kaufen, soll ich nur Ethereum kaufen? Ich glaube, grundsätzlich Bitcoin und Ethereum sind wirklich in einer sehr starken Position, diesen Markt zu dominieren. Bitcoin auf der einen Seite, sei es wegen dem digitalen Gold oder wegen dem Vertrauen der Leute und auch der Geschichte und Ethereum auf der anderen Seite, weil es eben eine sehr solide Plattform ist. Das heisst, Entwickler bauen auf Ethereum auf und das macht es eben entsprechend so spannend. Als nächste News-Story springen wir nach Südkorea und für die Leute, die den Kryptowinter mitbekommen haben. 2017, 2018 gab es eine sehr, sehr komische und interessante Phase und vor allem 2018 hat es dann dazu geführt, dass nach dem Höhepunkt im 2017, 2018 eigentlich alles ein bisschen abgeflacht ist, plötzlich regulatorische Massnahmen gekommen sind und von heute auf morgen der ganze Hype, also der ganze Hype im Markt von heute auf morgen plötzlich verschwunden ist. Und jetzt ist natürlich die grosse Frage, was ist da genau passiert? Und eines der Länder, das als erstes da losgelegt hat, das war Südkorea. Südkorea hat eine Art Finanzinstitution oder eine Art Einheit gegründet, die vor allem eben Finanzinstitutionen kontrolliert. Ich glaube, das war sogar diese Financial Services Commission, also die FSC. Und was die machen oder gemacht haben, ist ganz konkret, die sind Firmen, vor allem eben Kryptobörsen durchgegangen und haben geschaut, ob illegale Geschäfte laufen oder nicht. Damals, 2018, haben wir relativ wenig da Input bekommen, was da effektiv passiert ist, was wir da gesehen haben, etc. Aber jetzt kommen langsam Details heraus, vor allem momentan noch anonyme Details, das heißt, dass ein Direktor einer Kryptobörse Gelder gewaschen haben soll beziehungsweise Gelder von Kunden von der eigenen Börse auf andere Börsen transferiert und dann vermehrt haben soll und mit dem dann natürlich ein Ziel dieser FSC, dieser Financial Services Commission wurde. Das hat anscheinend das Ganze so ein bisschen ausgelöst und dazu geführt, dass eben in Südkorea dieser Crackdown, also diese Attacke auf die Kryptobörsen passiert ist. Man hat wahrscheinlich noch andere solche Leute gefunden, vor allem wenn es nicht regulatorisch geregelt ist, kann es natürlich schnell dazu kommen, dass illegale Geschäfte gemacht werden. Stand heute, Südkorea hat Gesetze durchgebracht, die es euch wieder erlauben, grundsätzlich in Südkorea zu handeln. Es ging ja hauptsächlich zwar um Südkoreaner, die mit südkoreanischen Börsen handeln durften oder eben nicht. Das hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen behoben und geht jetzt in Richtung positiv. Das heißt, wir hatten zwar eine interessante Phase von knapp zwei Jahren, bei welchen das nicht möglich war, aber mittlerweile scheint Südkorea sich da sehr gut erholt zu haben. Und ein wichtiger Punkt noch, wieso Südkorea und wieso spreche ich hier in diesem Zusammenhang über Südkorea? Ganz einfach, Südkorea ist eines der Top 3 Kryptomärkte. Das wissen viele Leute nicht, alle denken immer, ja wir sind in Deutschland, wir handeln hier Bitcoin und so, hat aber grundsätzlich auf die Welt oder die Kryptowirtschaft relativ wenig Ausmaß. Also die USA, Südkorea und ich glaube auch China hat grundsätzlich sehr, sehr hohes Volumen im Kryptomarkt im Vergleich zum Beispiel zu Europa. Und deshalb ist Südkorea entsprechend wichtig, nämlich sobald Südkoreas Markt wegfällt, fällt natürlich ein Teil des Volumens auch weg und das ist entsprechend das Problem. Und als letzte Newsstory, ihr habt es eventuell schon mitbekommen, Bitcoin, ich glaube zwar nicht, dass es genau auf 10.000 gekommen ist, ich habe jetzt vorhin nochmal nachgeschaut, aber es ist auf jeden Fall die 10.000er-Grenze am Kratzen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir sie heute noch knacken. Und das überrascht viele, also wir waren ja gestern knapp auf 9 und so ein Tausender-Schritt in Steigung hat viele Leute überrascht. Und was dazu geführt hat, sehr höchstwahrscheinlich, war ein Statement bzw. ein Report über Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones ist ein Hedgefonds, Manager, der ziemlich bekannt ist, der, ich glaube, in den 80er-Jahren, 90er-Jahren sehr viel Geld verdient hat mit einer Spekulation oder mit ein, zwei Spekulationen, die in die Geschichte eingegangen sind. Also wirklich einige der grössten Trades hat Paul Tudor Jones gemacht und so ist er eigentlich in den Markt gekommen, so kennt man ihn auch dementsprechend. Und er sagt jetzt, oder in diesem Report ist es herausgekommen, dass er gesagt hat, dass er einen Teil des Fonds in Bitcoin bzw. eben da ist, die die wichtige Differenzierung in Bitcoin Futures investiert haben soll. Das heisst, obwohl der Markt, vor allem auf Twitter habe ich jetzt, ich habe einige Tweets noch nachgelesen, sagen halt alle, ja, Paul Tudor Jones hat in Bitcoin investiert. Das ist so nicht ganz korrekt. Paul Tudor Jones hat in Bitcoin Futures investiert und Futures Produkte nimmt man normalerweise, um sein Portfolio zu hedgen. Das ist auf Englisch, das heisst, man versucht es wie auszugleichen, zu schützen. Das heisst, wenn der grosse Teil des Portfolios nach unten geht, wird ein kleiner Teil des Portfolios nach oben gehen und so allenfalls eben durch den Hebeleffekt entsprechend das Portfolio ausbalancieren oder sogar eben ins Positive kippen. Deshalb hat wahrscheinlich Bitcoin so entsprechend reagiert und fast schon, was waren das, 5 bis 10 Prozent entsprechend zugelegt. Jetzt in dem Statement sagt halt Paul Tudor Jones, dass Bitcoins Performance ihn an Gold in den 70er Jahren erinnert. Und jetzt springen wir ganz kurz auf den Goldpreis hier oben links für die Podcaster bzw. die Videozuschauer. Ihr seht hier, in den 70er Jahren war der Goldpreis hier noch einiges unter 100 US-Dollar. Das ist jetzt pro Unze und wir sind Stand heute eben auf 1700. Das heisst, er sagt halt, Bitcoin erinnert ihn hier an das. Das heisst, wir könnten hier vielleicht diese Phase bereits durchgemacht haben. Das würde uns rein theoretisch hier wieder auf diese Phase stellen und das müsste bedeuten, dass wir bei Bitcoin relativ bald steigen würden. Ich weiss natürlich nicht, ob er ihn rein als Chart vergleicht, also Gold und Bitcoin, diese Vergleiche haben wir ja auch oft gemacht, aber ich glaube, er meint es hauptsächlich wegen den Eigenschaften, wegen der Performance etc. Also wenn wir vom Chart ausgehen, dann sind wir etwa hier oder eben hier, das ist die grosse Frage, oder dass vielleicht das, das lokale hoch war, die 20.000 und dass wir hier nach oben gehen könnten oder er sagt, wir sind etwa hier. Das heisst, wir haben bereits die 20.000 erreicht, hatten dann den Kryptowinter, ein Steady Decline, also eine Zeit, bei welcher wir nach unten gegangen sind und würden dann natürlich relativ stark in die Höhe steigen. Also da sind wir momentan. Wie gesagt, ich glaube nach wie vor, dass diese Nachricht, das ist wirklich gepusht durch diese Paul-Turl-Jones-Nachricht, ich glaube nach wie vor, dass wir in vier Tagen nach der Halbierung einen tieferen Bitcoin-Preis sehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Korrektur geben wird, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Für die Leute, die jetzt in den Bitcoin-Markt einsteigen wollen, meine Empfehlung ist grundsätzlich immer 50-50 zu machen, das heisst 50% vor der Halbierung, 50% nach der Halbierung, dann habt ihr eigentlich einen relativ guten Durchschnittspreis. Wenn ihr aber sagt, nein, ich möchte diese Rallye hier nicht verpassen, dann jetzt rein, weil in, ich sage mal, in zwei, drei, fünf Jahren spielt dieser Preis keine große Rolle mehr. Von daher ist natürlich die große Frage, wie eure Strategie aussieht. Das war es von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast. Ich werde sehr wahrscheinlich am Wochenende die Analyse machen. Momentan im Voting ist Ontology an der Spitze. Ich glaube mit sogar 50%. Das heisst, wenn das so bleibt, dann wird es dieses Wochenende oder vielleicht spätestens am Montag die Ontology-Analyse geben. Also unbedingt nochmal abstimmen. Ich werde wahrscheinlich heute Nachmittag das Voting wie schliessen und dann haben wir entschieden und dann werde ich die Analyse entsprechend machen und dann rausgeben. Bleibt gesund, schönes Wochenende und wir sehen uns Montag wieder. Macht's gut und bis dann.